Willkommen zurück im Betriebseinrichtungscenter Odelshausen. Mein Name ist Thomas und ich möchte euch weiterhin unser Garant Gridline-System vorstellen. Einfach systematisch gut. Das letzte Mal habe ich euch schon ein bisschen Einteilungsmaterial gezeigt. Natürlich haben wir viel mehr und dafür habe ich meine Schublade vorbereitet, um euch das zu zeigen. Mit unseren Schlitztrenleisten schaffen wir schon mal eine gewisse Grundordnung in der Schublade. Dazu haben wir dann unsere Easy-Pick-Boxen, die ihr hier sehen könnt. Die sind super, wenn ich Kleinteile lagern will. Mache ich auch daheim übrigens. Haben wir aber auch in ganz anderen Größen. Kleiner Hinweis, der Hoffmann-Katalog passt in die größte Größe auch rein. Dann haben wir unsere E-Form-Schäume. E-Form-Schäume sind einfach perfekt, wenn ich sensibles Werkzeug habe und möchte das sicher lagern. Des Weiteren ist es so, habe ich Werkzeug entnommen, sehe ich direkt, dass es hier fehlt und kann mich auf die Suche begeben. Dann gibt es noch unsere Gridline-Matte. Die Gridline-Matte ist schon mal auch wieder ein Basic-Schutz für die Unterseite der Schublade. Dazu in Kombination mit unseren Boxen ist es so, diese verrasten in der Gridline-Matte und haben hier auch noch mal einen extra Verrutschschutz in der Schublade. Und dann haben wir ein richtiges Highlight. Das sind unsere Mulden. Die Mulden sind deswegen Highlight, weil wir hier eine neue Entwicklung haben. Die will ich euch aber erst im nächsten Video zeigen. Danke, bis dahin. Ciao.